Möchtest du wissen, welche kosmischen und irdischen Energien gerade unterwegs sind und was du tun kannst, um sie sinnvoll zu nutzen, dann herzlich willkommen zu diesem aktuellen Energiewideo. Es gibt erstmal einen kleinen Rückblick auf die vergangene Woche, dann eine Ist-Situation auf wissenschaftlicher Ebene und danach einfach meine Energieinformationen, die ich für dieses Video bekommen habe, das ich unbedingt aufnehmen sollte. Also, wie im Titel schon angekündigt, es geht weiterhin um die Meisterprüfungen. Was sind Meisterprüfungen? Wir werden auf der Erde vorbereitet. Das ist schon lange meine Rede und viele von euch, die mir zuschauen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, wissen, dass ich sehr positiv in die Zukunft blicke, aber auch sehr klar im Jetzt bin, bodenständig und mit Blick auf alle möglichen Vorkommnisse ohne Wild machen zu wollen. Ohne Angst machen zu wollen. Heute habe ich mich vor mein Schöpfungslicht der Kontraste gesetzt, weil die Kontraste gerade nicht stärker sein könnten. Bevor ich jetzt auf die energetische Ebene eingehe, was mir, wie man sieht, auf der Zunge liegt, möchte ich erstmal kurz schauen mit euch, was in der vergangenen Woche los war, was jetzt gerade an Sonnenstürmen, Schumann-Frequenz und so weiter passiert auf der Erde. Ich hatte mein letztes Video vor genau einer Woche aufgenommen. Da ging es um die verrückte Schumann-Frequenz, die ganz, ganz seltsame Muster gebildet hat. Wer sich dafür interessiert, kann gerne nochmal das Video von letzter Woche anschauen. Es war wirklich so spannend. Ich hatte verschiedene Blickwinkel aufgetan und mein Blickwinkel ist weiterhin, dass ich sage, Ich glaube, da hat sich jemand einen Hacker-Spaß erlaubt. Ich weiß, dass viele, viele Menschen dieses Bild auf diesen Aufzeichnungen genutzt hat. Viele Menschen haben es genutzt, um ganz viele unterschiedliche Statements abzugeben. Also ich habe ganz viele Videolinks von euch geschickt bekommen und auch Blog-Beiträge, in denen von unterschiedlichster Seite draufgeschaut wurde, ob das Außerirdische waren, die sich dadurch angekündigt haben mit einer Botschaft, ob das die heilige Geometrie ist, die ich übrigens sehr liebe und auch oft in meinen Bildern verwende, die man dort in diesen Mustern sehen konnte. Viele haben es Häkelmuster genannt. Letztlich war es mal wieder ein Anschubser hinzuschauen, wie nehmen wir denn überhaupt unsere Umwelt wahr? Wie gehen wir mit all dem um, was da um uns herum ist? Und ich nenne das deshalb eben Zuckerbrot und Peitsche, weil wir von diesen ganzen Kräften um uns herum auf der Erde, seitens der Schumann-Frequenz, seitens der Sonnenstürme, seitens der Energien, die aus der Galaxis, aus dem Universum auf die Erde treffen. Und die kann man ja alle wunderbar auch belegen und nachsehen. Wobei ich, wie ich das immer wieder sage, nicht den Dingen glaube, die da im Internet unterwegs sind. Weder jenseits der Massenmedien, noch seitens der Alternativmedien, weil man so viel Unsinn machen kann, wie man eben an diesem Schumann-Frequenzmuster sehen konnte. Allerdings habe ich das Gefühl, da gehe ich mit denjenigen konform, die das auch immer wieder in den Raum stellen, dass wir immer wieder Resets haben in letzter Zeit. Das Erdmagnetfeld wird immer schwächer und irgendwann gibt es diesen Punkt, wo es einen Shift gibt. Und dieser Shift, dieser Wechsel von Alt zu Neu, wie hinter mir, diese Drama-Wolken von Gewitter zu Sonnenschein, Altenzeitalter ins Neuzeitalter, steht an. Wir sind mittendrin. Und das wird natürlich auch seitens der wissenschaftlich nachweisbaren Elemente deutlich. Bedeutet, im Moment haben wir einen kleinen Sonnensturm gehabt. Also vor anderthalb Tagen, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, gab es einen KP5. Das ist jetzt nicht extrem, nicht so extrem wie zum Beispiel im April und Mai. Da hatten wir teilweise KP7 bis 8 auf der Skala, die bis 9 geht. Aber es war ein Gefühl von Hallo, ein Schubser in eine bestimmte Richtung. Dazu im zweiten Teil, wie gesagt, mehr. Wir haben ein starkes Energiefeld, das uns in die Extreme zieht. Wir können entscheiden, gehen wir mit den Sonnenstürmen, das sage ich jetzt seit viereinhalb Jahren, seit dieser Zeit mache ich diese aktuellen Energievideos. Wir können mit den Sonnenstürmen umgeworfen werden, krank werden, da niederliegen, uns dann wieder mühsam aufrappeln bis zum nächsten Sonnensturm und wieder umgeworfen werden. Oder wir gehen in unsere wahre Größe und wahre Stärke. Das ist für mich als spirituelle und doch auch bodenständige Wegbegleiterin das Wichtigste, euch das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wir sind jetzt in dieser Zeit auf der Erde mit all den kosmischen und irdischen Energien, die jetzt in diesem Augenblick gerade relativ ruhig sind, aber die so viel angeschoben haben, was energetisch jetzt in uns herumwirbelt, aufgefordert hinzuschauen. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Kann ich mein Licht leuchten lassen? Auch wenn ich mitten im Gewitter stehe, wenn ich mitten in dieser dunklen Wolke stehe und es donnert und blitzt um uns herum, Ich hatte erzählt, dass ich hier eben Gewitteralarm hatte Ende Mai, Anfang Juni und ich stand wortwörtlich in dieser Gewitterwolke und musste mir überlegen, buddle ich mir ein Loch und mache einen Deckel drauf oder bleibe ich in mir und wachse daran, wachse an der Angst, an diesen ganzen Dingen, die da um mich herum sind. Wir entscheiden, wie wir mit all dem umgehen. Im Moment sind auf der Sonnenoberfläche extrem viele sogenannte Sunspots. Das sind gebündelte Energiefelder auf der Sonnenoberfläche. Wenn die kollabieren, was sie regelmäßig tun, Ich vergleiche das ja gerne mit einem Kochtopf, in dem Wasser kocht und da platzen immer wieder Blasen auf, weil da so viel Energie im Wasser ist, weil es erhitzt wird. Und so ist es auf der Sonne auch. Und wenn dann so eine Blase platzt und wir sind als Erde mittendrin in diesem Feld, dann bekommen wir diese Energie natürlich ab. Wie gehen wir also damit um? Wie gehst du damit um? Was möchtest du tun? Ich möchte dir ein paar Dinge aufzeigen, die ich jetzt eben in Vorbereitung zu diesem Video bekommen habe, die ich mir notiert habe. Es geht jetzt im Moment um diese gegensätzlichen Kräfte, diese scheinbar gegensätzlichen Kräfte. Im letzten Video hatte ich das Sterntor der Dualität gezogen aus meinem Kartenset. Ich werde nachher natürlich auch wieder Engelkarten ziehen. Und wir werden gefragt, möchtest du in deinen Superheldenmodus gehen? Das ist das eine Extrem. Möchtest du wirklich, wirklich, wirklich in deine wahre Kraft und Stärke kommen? Oder möchtest du in den kopflosen Huhnmodus wieder fallen? Dazu hatte ich mal vor, ich glaube, letztes Jahr, also vor einigen Monaten ein Video gemacht, ein Klartextvideo. Und ich habe das eben kopfloser Huhnmodus genannt, weil ich selber in einer Situation zu dem Zeitpunkt war, wo ich mal kurz in Panik geraten bin, um mich dann zu fragen, okay, damit bewirke ich gar nichts. Also wenn ich wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend renne, dann verändert sich in meinem Leben nichts. Es könnte höchstens noch schlimmer werden. Besonnenheit, Entspannung ist der Schlüssel. Das letzte Video, was ich aufgenommen hatte, war der Seelenbalsam. Ich sollte aus meiner tiefsten Quelle heraus einfach erzählen, wie wir diesen Seelenbalsam, der immer da ist, spüren können. Und wenn du das Gefühl hast, dass du völlig überlastet bist von den inneren und äußeren Energien, die da gerade angeschoben werden, dann schau dir dieses Video einfach immer mal wieder an und fühle diese weiche, sanfte Energie, die darin fließt. Ich male ja parallel jetzt gerade an sogar drei Sternentoren. Eines wird wahrscheinlich heute dann die Botschaft bekommen und ich bin sehr neugierig, was da kommt. Und die anderen male ich fertig. Ich möchte euch mitteilen, was ich als Botschaft für mich bekommen habe. Ich werde am Ende des Videos noch mal ganz kurz auf meine persönliche, sehr prekäre Situation eingehen. Wir müssen nicht den ganzen Tag wie Grinsefrösche durch die Gegend laufen. Wir müssen nicht den ganzen Tag als spirituelle, erwachte, erleuchtete Menschen durch dieses Leben gehen und denken, wow, es passiert überhaupt nichts Schlimmes mehr. Das Leben ist und bleibt ein Abenteuer. Es bleibt polar, es bleibt diese Spannung zwischen Licht und Schatten erhalten. Und ich hoffe das sogar. Denn nur dann macht das Leben hier Sinn auf der Erde. Also ich möchte einfach all denjenigen, die diese alternativen Videos schauen, die sich oft auch davon Angst machen lassen, sagen, lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch keine Ausbildungen oder Workshops oder 100.000 Online-Seminare aufs Auge drücken, wo es darum geht, nur durch mich erreichst du die Erleuchtung. Und das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Ansonsten wirst du den Shift nicht überleben. Kollegen und Kolleginnen, lasst bitte diesen Bock misten. Entschuldigung, dass ich jetzt hier mal so ein Kraftwort verwende. Ich hätte noch andere Kraftwörter, die mir dazu einfielen. Lasst es. Hört auf, die Menschen so zu manipulieren. Wir haben alle unseren eigenen Weg. Diejenigen, die sich überfordert fühlen in dieser Zeit, das habe ich schon oft gesagt und da stehe ich auch zu, werden wahrscheinlich einfach irgendwann gehen, weil sie diese Kraft nicht aushalten. Es gibt Menschen, die sehr früh, in frühen Jahren, das Leben wieder verlassen, um sich nochmal auszuruhen in einer anderen, feinstofflicheren Dimension und dann wiederkommen. Und es gibt Menschen, die sehr alt werden, weil sie sich sagen, ich will dieses Leben zutiefst auskosten. Und alles dazwischen ist absolut in Ordnung. Lasst den anderen Menschen auch bitte ihre Selbstverantwortung, wenn sie nicht diesem für mich ein bisschen brutalen Trend der spirituellen Szene folgen, dass wir jetzt turbomäßig uns aufbauen müssen, sonst schaffen wir das nicht, den Dimensionswechsel von 3, 4, 5 d in ich weiß nicht wie viel d. Uh, das wollte nochmal raus, entschuldigt bitte. Also wir müssen uns nicht jeden Tag super toll fühlen. Wir dürfen auch Abenteuer erleben. Unsere Seele ist dazu hier auf die Erde gekommen. Ob das ein Sonnensturm ist, ob das eine total kapriolenschlagende Schumannfrequenz ist, ob das die Energiewellen sind, die von außen erzeugt werden. Ich habe gerade einen ganz kurzen Blick drauf geworfen. Es wird jetzt gerade wieder in den Massenmedien, gerade in Deutschland, so ein super Alarm gemacht wegen Rekordhitze und Toten, die dann umfallen. Vielleicht sind es auch Impfgeschädigte. Ich weiß es nicht. Aber die Manipulatoren dieser Welt werden immer alle Möglichkeiten nutzen, um uns in der Angst zu halten. Also nochmal meine Frage. Willst du in der Angst und Ohnmacht stecken bleiben? Oder willst du dein wahres Licht, deine wahre Größe leben? Mir ist in den Sinn gekommen, ich poste ja immer mal wieder Fotos hier von meinem kleinen Paradies, mache meine Gartenrundgänge, einfach um Menschen zu erfreuen, um sie teilhaben zu lassen an meiner großen Freude, an der Schönheit um mich herum. Das habe ich schon oft auch an anderen Plätzen gemacht. Für mich ist die ganze Erde ein Paradies. Und ich habe schon oft meine Community gefragt, was bedeutet für dich Paradies? Paradies als Begriff und Ideal gab es fast in allen Kulturen der Menschheit, seit Alters her. Es ist ein Ideal, das benutzt wird, um zu bezeichnen, ich wünsche dir das Paradies auf Erden, ich wünsche mir das Paradies auf Erden, ich wünsche mir, dass die Menschheit in Frieden lebt, dass sie erkennt, wie schön es ist, respektvoll und achtsam miteinander umzugehen. Doch auch im Paradies muss es regnen, sonst würde es diese schöne Natur, die die meisten damit assoziieren, nicht geben. Und wenn die Menschen schreiben, du liebst so paradiesisch, ich beneide dich so, dann sage ich, ja, aber es muss hier auch regnen und es muss auch etwas getan werden, damit es so schön ist. Ob das von der Mutter Erde getan wird, ob das von mir getan wird oder von anderen Menschen. Wir gestalten unser Paradies nach unseren Vorstellungen. Und für mich ist dieser Wechsel zwischen den Zeitaltern tatsächlich einfach diese Vorbereitung, in eine neue Form des Paradieses kommen zu können, wenn wir das wollen. Doch wie ich das immer wieder sage, ich habe mich entschieden, das Paradies jetzt zu leben. Und ich nehme auch in Kauf, darauf, dass in meinem Paradies, in meiner neuen Zeit, die ich vorleben und erleben möchte, weiterhin Verwicklungen, Verstrickungen, Missverständnis, Konflikte, Abenteuer passieren werden. Denn dafür sind wir hier auf der Erde, um etwas zu erleben. Doch wir können mit reinem Herzen, mit Freude und einer inneren Haltung von Licht, einer inneren Haltung von gelebter, aktiver Liebe, einer inneren Haltung von ich gehe durch meine Schatten, ich gehe auch durch ein Gewitter. Wenn es sein muss, werde ich jedes Abenteuer erleben, das das Leben mir schenkt, um mich zu trainieren. Das ist für mich die Energie dieser besonderen Zeit, in der wir jetzt gerade mal wieder sind. Wegefeuerzeit, Meisterprüfungszeit, wie auch immer ihr es nennt, wir sind mittendrin, wir können die Augen verschließen oder wir können schauen, was da ist. Jetzt noch mal kurz zu meiner aktuellen Situation. Ich hatte es erzählt in einem Video Krisenmeistern, dass ich von einer Wespe auf die Nase gestochen wurde. Ich hatte so ein Gesicht. Dann war es abgeklungen. Das sah man dann in dem Seelenbalsam-Video. Und nach diesem Video habe ich mir so extrem den kleinen Zeh verrenkt, weil ich hier auf dem Stuhl, auf dem ich gerade sitze, ein bisschen rumgehampelt bin, weil ich ganz viel im Kopf hatte und das unbedingt umsetzen wollte für euch, Social Media gemacht habe. Und dann hat es geschnalzt und dann war der Zeh ja fast ausgerenkt. Er war knallblau, dick angelaufen, ähnlich wie mein Gesicht. Das Gesicht schwoll ab, der Zeh schwoll an. Und ich dachte, Mist, gut, dass ich an dem Morgen vorher noch meinen Powerwalk gemacht hatte. Wenigstens einmal in einer Woche, denn mit dem dick geschwollenen Gesicht ging das nicht. Ich mache es auch kurz. Dann war der Zeh quasi Thema. Ich musste wieder drinbleiben, durfte mich nicht bewegen, konnte mich nicht bewegen. Ich habe ein kleines bisschen gemalt und dann habe ich die Füße hochgelegt. Und am nächsten Tag, Samstagmorgen, wollte ich das kaputte Tor, das Elektrotor, das hier der Eingang zu meinem kleinen Paradies ist, mit der Hand schließen, weil es nicht mehr mit dem Türöffner ging. Das ist ein Elektrotor. Irgendwas ist kaputt, muss repariert werden. Und dort, wo ich angefasst habe, war ein Wespennest. Das habe ich nicht gesehen, weil die Wespen im Tor, in diesen Streben, in den hohlen Streben waren. Und ich habe genau unterhalb der Öffnung angefasst. Und jetzt schaut euch mal meine Hand an. Und sie ist schon abgeschwollen. Bis hier unten hin, dick, hier dick, noch andere Stiche. Wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, lass das. Ich habe jetzt zwei Nächte nicht geschlafen, weil meine Unterarme wie Feuer brennen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hätte in ein Lagerfeuer gepackt. Bin jetzt ununterbrochen am Kühlen. Habe all die guten Tipps, die ihr mir doch zusätzlich im letzten Wespen-Video in die Kommentare unter das Video geschrieben habt, genutzt. Und ja, ich kann verzweifeln. Und ganz ehrlich, ich habe das ganze Tal zusammengebrüllt. Vom Weg im Tor hoch zum Haus, wo ich mich dann verarztet habe, habe ich geflucht wie ein Kesselflicker. Ich habe geschrien, ich habe diese Wut, diese Schmerzen, also ein Stich im Gesicht war schon die Hölle. Aber drei Stiche in die Hand, noch einen hier unten hin, hier noch einen Stich und noch an den Beinen. Weil ich eine Shorts anhatte, weil ich halt schon sehr, sehr heiß war. Das war die Hölle. Da durchzugehen. Weiterhin irgendwie diese Wut rauszulassen. Zu transformieren. Wieder in die Hingabe zu gehen. Dem Leben zu danken. Okay, ich bekomme Gift injiziert. Was will an Gift aus mir heraus? Das ist Homöopathie. Gift mit Gift neutralisieren. Jetzt ist eine Phase, in der wir neutralisieren. Vielleicht mache ich noch mal ein eigenes Video dazu. Ich habe so viele Videos auf dem Plan für euch, die ich noch machen will und werde. Und ja, ich werde weiterhin meine Erfahrungen mit euch teilen. Vielleicht mache ich mal einen Blogbeitrag und schreibe auf, was ich gemacht habe, um mich wieder im wahrsten Sinne in Form zu bringen. Jetzt noch eine Engelkarte. eine reicht. Das Video wird sonst zu lang. Zu dieser aktuellen Energie. Meisterprüfungsenergie. Oh, oh, ich merke, es ist etwas schwierig, mit dieser aufgeschwollenen Monsterhand Karten zu mischen. Okay. Okay. Also. Aber genau das passt. Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Es nützt nichts, in diesem Drama stecken zu bleiben. Und ja, wir dürfen schreien, wir dürfen wütend sein, wir dürfen fluchen, wenn etwas so weh tut. Ob das ein Seelenschmerz ist, also ein Herzschmerz ist, ob das ein Geistschmerz ist, der durch einen Trigger ausgelöst wird, durch die Eltern, die Freunde, die Massenmedien, was auch immer. Wir dürfen fluchen und schreien, aber es ist wichtig, dass wir wieder in die Leichtigkeit kommen. Immer wieder und so schnell wie möglich. Denn es ist nicht geschrieben, bleib stecken in deinem Schmerz. Geh durch den Schmerz, geh durch das Gewitter und komm Schritt für Schritt jedes Mal tiefer in deinen inneren Frieden. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, mitten in solchen Schmerzen trotz dem inneren Frieden zu fühlen, das ist für mich mehr Erleuchtung, als jeder Guru dieser Welt mir versucht hat zu erzählen. Erleuchtung ist, wenn wir erleben, dass es gleichzeitig Dunkelheit und Licht geben kann und wir uns entscheiden dürfen, wo es hingeht in diesem Leben. Ich wünsche euch von Herzen, das Allerallerbeste, sende euch ganz viel Liebe hier aus Mallorca und ganz viel gute Laune trotz meines Monsterhändchens. Genießt euer Sein, was auch immer euch das Leben schenkt, es ist ein Geschenk. In Liebe eure Saniarie. Bis bald, wir sehen uns und ich freue mich auf eure Kommentare. und ich freue mich. bis bald, Vielen Dank.